Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Lava Mortus! Jawoll! So, hier waren wir stehen geblieben. Alles klar, so können wir dann... Ah, genau. Difficulty 3. Versuchen wir halt nochmal hier. Auch im Dunkeln, alles klar. So, und ich hab grad schon ne Folge aufgenommen. Oh, guck mal, wir sind hier. Gibt nur immer einen Raum. Bam, bam, bam. So, zack. Und dann spielen wir erstmal weiter. Äh, letztes Mal hab ich das schon angespielt da, oder die erste Mission hab ich gespielt. Das war, ich fand das eigentlich ziemlich lustig. Also, ich fand's echt gut. Und, ähm, ja, ich hab mir überlegt, jetzt machst du nochmal direkt die zweite Folge hintereinander. Und dann hast du halt auch... Und ja. Eigentlich find ich das Spiel sogar ziemlich interessant. Ja, weil, ähm, ja, das ist halt, das macht sehr viel Spaß eigentlich. Ich hab noch gar kein richtiges Feedback so dazu gegeben, aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Weil, ähm, ja, man hat halt so viel. Hat man so, also, viel hat man nicht, aber wie soll man das erklären? Man muss halt nach und nach alles freischalten. Ist halt noch so ein altes Spiel. Und, äh, äh, ich sag nur Indie-Spiel, da erklärt eigentlich alles. Hui. Und, ähm, ja. Viel kann man halt zwar nicht machen, außer ein paar Monster abknallen, aber du musst halt so alles nach und nach freischalten, weißt du. Und das hast du bei den meisten Spielen halt nicht mehr so richtig. Bei vielen Spielen hast du halt, äh, entweder direkt schon alles am Anfang freigeschaltet, oder du musst einfach gar nichts mehr machen. Ja, und das ist scheiße. Okay, Schlüssel haben wir hier wahrscheinlich nicht für, ne? Ja. Bin ich so rum oder so rum? Ich bin mal so rum. So, oh, guck mal, ne Schrotz haben wir auch wieder. Zack, room cleared. So, zack, 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 bam, 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 boah, sieben Bomben, alles klar. Ah, noch vier Schuss dafür. Oh. Oh, das ist wenig. Ich brauche Munition. Okay. Schlagen wir mal hier. Fuck. So, komm her. So, jawohl, haben wir noch gesaved. Ah, oh, guck mal, das ist der Schuss. Ja, sehr schön. Gehen wir hier auch nochmal durch. Jawohl, guck mal, haben wir noch, boah, haben richtig viele weggerotzt. Rabatz. Ja, Rabatz. So, jetzt haben wir aber auch... Boah, wir haben kaum noch Schuss, ne? Scheiß, die Wandern, ey. Was haben wir hier? Kannst du nichts mitmachen, ne? Ne. Ah, egal. Gehen wir mal weiter. Ich will jetzt nicht hier die ganzen Schuss verprassen. Aber ich... Oh, ups. Ich brauche Muni. Mein Gott. Wo ist denn? Komm. Komm jetzt, so. Zack. So. Ja. Jawohl, haben wir doch rumklärt. Alter, ich habe jetzt keine Muni mehr. Ah, doch, hier habe ich doch gerade. Okay. Man muss richtig aufpassen jetzt, ey. Wir müssen ein bisschen Muni sparen, müssen wir im Schwert kämpfen. Alter. Ich will jetzt keine Zivilisten hier treffen, ey. Komm, den einen haben wir schon gesaved. Komm. Renn. Komm zu mir. Komm hier. Komm hier. Bam. So. Ah, guck mal, da war Muni. Wofür? Oh, alles klar. Dafür haben wir jetzt nichts mehr. Okay, dafür haben wir hierfür wieder was. Ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Ah, alles klar. Exit. Ah, ja. Fertig. Ähm. Gut. Machen wir schon mal die nächste hier. Komm mal hier. Ist ein bisschen schwerer, aber ich will mal das hier versuchen. Aber das machen wir später. Komm, ich mache es mal das hier. Was haben wir hier? Komm, wir machen mal hier so einen Wald. Das sieht mir so... Ja, guck mal, das ist ein Wald, sag ich doch. So, wo ist hier die Tür? Ach, guck mal, da ist der Gang. Aber wir gehen... Erstmal nach unten. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Kaputt, kaputt, kaputt. Alter. Die Viecher geben mir gerade richtig Damage, ey. Hä? Boom, cleared. So, 500. Zack. Haben wir auch. Jetzt gehen wir noch hier nach unten. Ah, guck mal, da haben wir Schotzenmunition. Bam. Bam. Zack. So, aber damit gehen wir jetzt vorsichtig um. Ich nehme auch erstmal so ein Schwert in der Hand. Ich gucke erstmal gleich, was da für Viecher rauskommt. Ich habe nämlich jetzt irgendwie so ein bisschen... Ich habe gerade eine Taktik entwickelt. Fällt mir gerade mal auf. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal, was da ist. Okay, da sind bis dato nur Dinger. Also die müssen wir so abschießen, weil die kriegt mit dem Schwert immer kaum. Nur so... Die Federmäuse sind da, glaube ich, hier. So, nun cleared. Ah, ja, gehen wir mal schnell. Alles klar. Können wir direkt... Nach da oben wollte ich. Hier ist nur ein Raum. Alter. Was sind das denn für Viecher? Scheiß, die wandeln an was da denn. Alter, nehmen wir mal richtig Leben. Bam. Jawohl. So. Oh, geil. Der Double Pistol. Fett. Fett, fett, fett. Ja, sauber. Guck mal, haben wir Double Pistol gekriegt? Ah, jetzt sie weg. Ah, ne. Ah, ah, ah. Okay, ich verstehe. Boah, jawohl. Das geht richtig ab, ey. Bam, 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 bam. Tak, 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 tak. Bam, bam, bam. So. Ja, Femm, ist auch wieder genug Schuss. Guck mal, schaffen wir bestimmt hier. So. Erster Wille geschafft. Oh, ne. Bam, bam. Und kliert. Bam. So, zack. Haben wir auf nachgeladen. Alles klar. Und was haben wir hier? Oh, noch genug Schuss. Hier 96er. Alles klar, es gilt für beide. Aber hier haben wir dann auch gesaved. Machen wir auch den letzten hier. Bam. Na komm, geh kaputt. Jawohl. So. Fertig. Haben wir doch geschafft, oh. Ja. Cool. Dann würde ich mal sagen. Und da ist der Hammer jetzt und das. Und guck mal. Haben wir schon so eine Quick-Mit weiter gemacht. Und das nächste Mal mache ich dann hier diese Mission. Und dann würde ich mal sagen. Äh, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, und schalte ich auch demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt. Let's play Larva Mantus. Tschüssken.